Hallo. Hallo. Guten Morgen. Willi. Wird hier gebaut? Gebaut? Nee. Wieso? Ach, deswegen? Nein, nein, nein. Kann man reinkommen? Ja, bitte. Komm doch rein. Willi, sei freundlich. Die klemmt ein bisschen. Weißt der? Das wird sich geben. Willi weiß. Ja, das ist mein Haus. Sehr nett. Die wurden sich gebaut. Also das ist Ihr Haus? Das ist mein Haus. Also Sie meinen diesen Wagen da? Ja, ja. Es hat vier Ecken, wie jedes anständige Haus. Es hat Fenster, eine Tür, eine Türschwelle. Und es hat etwas, was andere Häuser nicht haben. Es hat vier Räder. Vier Räder. Schön gesehen. Lustig, sehr lustig. Ja, kann ich das mal hier aufmachen? Ja, bitte. Ja. Oh, schöner Teppich. Mein Balder. Ja. Mein lieber Freund, aber der Briefkasten fehlt. Der Briefkasten? Ja. Und die Nummer. Ja. Wenn Sie hier länger wohnen bleiben wollen, dann brauchen Sie eine Hausnummer. Ja. Außerdem brauchen Sie Wasser. 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 Wasser zum Trinken, zum Waschen. Entschuldigung. Zähneputzen. Zähneputzen. Ja, ja. Und zum Kochen. Apropos Kochen, sagen Sie mal. Gas. Oder gar kein Gas hier. Gas. Ja, ja. Wenn Sie nicht mal eine Superheizmachung wollen, brauchen Sie Gas. Brauchen Sie Gas. Gas zum Kochen und zum Heizen. Aber sonst ist das. Kann ich mal hier reingucken? Ja, bitte. Bitte. Danke. Tschüssi. Schön. Tschüssi. Na, warte. Ich kriege. Oh, zieh. Nein. Was? Ach, Sie sind's. Haben Sie mich erschreckt. Wer schläft denn schon am helllichten Tag? Na, Postbeamte manchmal. Danke. Nachname. Lustig. Ja, stimmt. Was? Mein Nachname. Lustig. Das stimmt. Nachname heißt, dass ich Geld von Ihnen bekomme. 12,80 für die Büchersendung. Ach so. Eine Nachname. Aha. Mein Buch. Interessieren Sie sich für Urtiere? Wir haben eins. Nein. So ein richtiges Urvieh, sag ich Ihnen. Bei uns im Kegelclub. Nee, ich meine doch, ich meine Saurier und Drachen. Hier. Flugechsen. So riesige, riesige Dinger, halb Fisch, halb Vogel. Und, äh, naja, hier, mit Knochenplatten und mit Stacheln. Ja. Und so groß wie ein... Briefkasten? Ha. So groß wie ein ganzes Post an. Ja. Ja. Und stark. Die konnten den ganzen Postbus in ihre Pfoten nehmen und hochheben, ja. 12,80. Ja, das kommt etwa hin, ne? 12,80 Meter. 12,80? 12 Mark, 80 bekomme ich vor Ihnen, Herr Lustig. Moment. Ja, wissen Sie, vor vielen Millionen Jahren, als es noch gar keine Menschen auf der Erde gab, da lebten diese Urviecher, diese Sauher. Ja, die sind dann irgendwann mal ausgestorben und übrig geblieben sind nur die Knochen. Die hat man dann gefunden, gewaltige Knochen. Ja, und? Naja, an diesen Knochen konnte man dann sehen, dass diese Tiere sehr groß gewesen sein müssen. Größer als ein Pferd, größer als ein Elefant. Und Esel, 12,80. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aha. Das ist also der vorzeitliche Flugsaurier. Aber ehrlich, bei Tag betrachtet, kommt er mir eher wie ein Pferdegerippe vor. Ja, wissen Sie, mit Flossen. Flossen. Das sind Flügel. Rekonstruktionen von Flügeln, ne? Ein Flugsaurier hatte eben Flügel. Ist doch logisch. Und funktioniert halt so. Ja. Haha. Ja? Gut. Sie müssen aber doch zugeben, dass so ein Tier gelebt haben könnte. Ein Pferdeflugsaurier. Ja. Und so hat er abgehoben. Was stehen Sie denn so rum? Sie könnten mir wenigstens helfen. Ja, ich denke gar nicht daran. Ich bin da 2,20 von Ihnen. Also gut, hier sind 2,50. Der Rest ist für Sie. Ja, danke. Wiedersehen. Hallo. Na, wie geht's? Ja, es geht so. Gut. Weiß. Hier ist ein Brief für Sie. Ach, Freund, Fräulein Anna. Geben Sie her. Wer ist denn Fräulein Anna? Was war das? Das ist doch mein Brief. Den hat mich ja geschrieben. Ja, natürlich haben Sie ihn geschrieben. Der ist zurückgekommen. Hier. Hier, da. Stempel da. Zurück, zurück. Ja. Sehen Sie es? Ja. Gibt's doch gar nicht hier Fräulein Anna, was? Natürlich gibt's ja Fräulein Anna. Aber vielleicht ist der Name falsch oder die Adresse stimmt nicht. Naja, nicht so schlimm. Das krieg ich schon raus. Ist ganz gut, dass er nicht angekommen ist, ne? Wieso ist das gut, dass er nicht angekommen ist? Nein, nein, dann sagen Sie mal, Herr Lüster. Was macht der für einen Eindruck? Hier so ein olles Papier. Hier haben Sie nichts ordentliches Weißes? Olles Papier. Das ist selbst gemacht. Hier. Schauen Sie sich's mal genau an. Selbst gemachtes Papier. Ja, ja, jetzt seh ich das, ne? Das ist so ne Art Pütten, nicht? Ja, ja, und auch, auch das Wasserzeichen. Hier, sehen Sie? Selbst gemacht. Sagen Sie mal. Aber nicht lesen. Nein, 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 ist toll, ist toll, ist toll. Ist ja ein richtiges Kunstwerk, weißt? Sagen Sie mal, Ihre Taschentücher sind jetzt so dreckig hier, die da auf der Leine hängen. Doch keine Taschentücher, das sind die, die Briefbögen. Die trocknen gerade. Ach so. Ja. Was ist denn, was ist denn das für Papiermatsch hier? Papiermatsch? Das hier? Das sind meine Papiermöbel. Ach, ich verstehe, ja, ja. Das ist Kunst, wie sagt man, moderne Kunst. Nein, 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 das sind ganz normale Möbel. Na ja, so normal auch wieder nicht. Die sind sehr praktisch, wenn sie trocken sind. Na ja, ich hätte sie vorher mit so einem Lack bestreichen sollen. Mit dem Lack? Ja, ja, dann geht es. Das will ich gleich mal machen. Und neue mache ich mir auch, das geht ganz schnell, kann jeder. Ja, Sie sehen, ich habe es zu tun. Ja, ich auch. Aber wieder nett mit Ihnen. Nicht? Wiedersehen. Wiedersehen. Sehr nett, wiedersehen. Fertig, los. Mist, jetzt fast gerade. Hat es wieder nie geklappt? Oh, ja, es hat Probleme gegeben. Wir hatten es aber versprochen, dass bis heute... Ja, ja, sicher, sicher. Aber so ein Mittel braucht in dem Zeitpunkt. Nein, aber ich habe es aber sehr nötig. Es eilt. Nein, 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 nein. Nicht hier, nicht hier. Das gibt Erschütterung. Sie wissen doch, die Chemikalien und der Aufbau, das ist ein bisschen wackelig. Ja, ja, ich verstehe schon. Wann ist es denn so weit? Ja, warten Sie mal. Das ist bald so weit. Kommen Sie, kommen Sie heute Nachmittag nochmal. Dann ist es fertig, mein Wundermittel. Da sind Sie ja endlich. Ach, mir geht es gar nicht gut. Was ist mit meinen Mitteln? Ist es schon fertig? Noch nicht so ganz. Sie hatten es aber versprochen, das Wundermittel. Nie wieder erkältet. Es hat da technische Probleme gegeben. Mein Gott, Sie sehen ja gar nicht gut aus. Sage ich doch. Muss erst mal einen aufwärmen. Na ja. Wo sehe ich Ihr Labor? Was denn, Sie auch? Was denn? Das ist nichts. So, jetzt truppeln Sie sich erstmal. Nein, nein, nein. Sie essen Sie sich hin. Doch, doch, nicht. Ich muss die Post austragen. Kann er nicht einfach. Ich hinsetzen mich, fliegen. Doch, doch. Sie müssen. Sie müssen. Jetzt nehmen Sie erstmal ein heißes Fußball. Das ist immer gut. Aber die Post. Ach, die Post, die Post. Wisst Du was? Ich trage die Post raus. Ich bin die Frischkalt von der Post. Sie sehen schlecht aus. Kein Wunder. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Hat das geklappt mit der Post? Ach, die Post, die Post. Ein paar Briefe habe ich doch. Ihre Medizin habe ich mitgebracht. Nurkundsfall. Ganz umsatz. Das bringt. Das bringt sich da auf die Beine. Also, Sie wissen, mir geht es Ihnen ganz gut. Sie wissen ja, meine Erkältung kommt drei Tage, bleibt drei Tage. Sie geht drei Tage. Ja, meine geht gerade. Auf dem Baume klopft ein Specht. Specht. Bravo. Schönes Gedicht. Ist direkt was fürs Herz. Haben Sie es jetzt gemacht? Ja, natürlich. Aber es ist erst der Anfang. Ich muss noch üben. Üben? Ja, ich will Dichter werden. Was wollen Sie? Dichter werden? Ja. Und Gedichte machen. Gedichte, die Sie hinten rein. Und die fröhlich machen, wenn man sie liest. Wenn man sie liest? Ja, natürlich. Die sollen auch gedruckt werden. Ich sehe sie schon richtig vor mir. Die Bücher. Morgengedichte von Peter Lustig. Und Frühlingsgedichte. Und Abendgedichte. Ja, so gut müsste es uns eine auch mal haben. Sie stehen da und dichten. Ja, und ich steppe jetzt händlerweise Post da rum. Kinogen. Ja. Ist gar keine schlechte Idee, wissen Sie, wenn ich... Na ja, also ich weiß nicht. Sie wissen nicht. Dann ist es ein Fall für meine Entscheidungsmaschine. Sehen Sie die Bratpfanne da unten? Wenn das Ei in die Nein-Pfanne fällt, dann bleiben wir hier. Fällt es aber in die Ja-Pfanne, dann gehen wir ins Kino. Ganz einfach. Wie? Aber erst mal muss die Maschine was von uns erfahren. Wie ein richtiger Computer, damit sie sich entscheiden kann. Haben Sie Lust, ins Kino zu gehen? Ja. Also, ja. Wenn es Nein wäre, würde das Ei gleich in die Nein-Pfanne fallen, nicht? Also? Ja. So. Haben Sie Geld? Nein. Nicht. Das ist schlecht. Ja? Nein. So. Können Sie sich was pumpen? Ja. Von mir. Ja. Aha. Haben Sie den Film schon gesehen? Der mit Sidney Rome? Nee, nee, nee. Nicht. Gut. Also, wir haben den Stimmschuss. Nein. So, jetzt wird uns meine Maschine einen Haufen Denkarbeit ablehren. Jawohl. Sollen wir ins Kino gehen oder nicht? Achtung. Fertig. Los. Ja, hat er gesagt. Richtig. Und Computer irren sich nie. Wir gehen also ins Kino. Ja. Die Post ist da. Ein Paket für unseren Erfinder. Ja, danke. Das muss die Versteuerung sein. Was ist denn hier los? Ja. Das ist sie. Na endlich. Sieht ja aus wie bei Frankensteins hinterm Sofa. Darf man fragen, was das werden soll? Ein Roboter. Was denn? Sie meinen, ein richtiger Roboter, der die Arbeit für Sie macht? Der die Arbeit für mich macht. Ja. Wenn es weiter nichts ist? Ein Roboter. Nicht schlecht für den Prüfträger. Nicht schlecht für den Prüfträger. Nein. Das ist der Prüfträger. Die Post ist da! Was ist mit der Prüftreiber? Prost! Morgen! Morgen! Mein Kollege ist auf dem Ruder in seiner Vertretung. Neidisch? Tja Opa, da braucht man ganz lange Haare dazu. Ich sehe, bei dir ist es nicht mehr allzu viel zu machen. Hoffnungsloser Fall. Opa! Der ist noch für dich. Wenn ich das schon sehe, der Graut ist auch noch. Tja, da kann ich dir eigentlich nur noch Farbe empfehlen. Keine Anzähler zu fragen. So was soll ich auch im Moment vergehen? Kommt echt rüber. Echt steil. So. Ich hab nur so eine da noch. Ach! Fast ja nichts vergessen. Genau. Jetzt war es euch heute Haarfärbung. Aber wohl, du merkst, nur an ausgewählter Haushalte. Aber du hast ja eine richtige. Ist genau das Richtige für dich? Schön. Ja, der Dachs steigt. Gut. Brav ist dir. Nun, die Aktien. Ja, hier. Na, Schnellgeld. Ist ein Topf. Und? Und? Die Aktie. Ja. Ja, klettert auch. Wunderbar. Na dann. Kauforder. Aha. Ja, herein. Morgen, lustig. Morgen, Morgen. Eine Nachnahme. 8630, bitte. Aha. Was ist es denn? Ja. Moneymaker Software Haus. Haha. Na, endlich. Das ist nämlich Software für meinen Computer. Fürs Online-Banking. Damit habe ich jetzt Zugriff auf die letzten Geheimnisse des Geldmarkts. Geldmarkts? Ja. Alle Achtung. Ja. Damit haben Sie zu tun? Ha. Kann doch jeder, wenn er einen Computer hat. Sehen Sie hier. Jetzt habe ich 200 Aktien von Schnellgeld gekauft. Die werden jetzt steigen und steigen und steigen. Irgendwann verkaufe ich sie wieder und habe dann Geld verdient, ohne ein Finger zu dir. Dann können Sie mir jetzt mal meine 8630 geben. Machen wir doch gleich hier. Wie ist denn Ihr Überweisungsträger? Eine Nachname muss bar bezahlt werden, Herr Lustig. Sonst ist es doch keine Nachname. Tut mir leid. Ich dachte, Sie seien ein moderner Betrieb. Die Post. Bargeld. Wer hatte noch Bargeld in Hause? Na, noch bitte. Ja, hier. Hübscher leuchtet der. Ja, ein Erbstück von meiner Tante Flüger. 20, 40, 60. Ja. 62. Ja. Mehr kriege ich nicht zusammen. Den Rest könnte ich Ihnen morgen vorbeibringen. Ja, ja, ja. Jetzt holen Sie sich mal schön am Postamt ab, Herr Lustig. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von... Ach, Moment, Moment, Moment. Da sehe ich noch was. Ich bin halt auch noch nicht ganz arm. Hm? Na bitte. Wer sagt's denn? Ist auch noch allerhand ausländisches Geld dabei. Das können Sie doch rumtauschen. Haben Sie ein schönes Trinkgeld, ne? Ich bin doch kein Kellner. Und schon gar keine Wechselstube. Hier haben Sie Ihren Abholschein. Ich bin doch keinen Tag. Einmal für Ihren Nachbarn, Herr Paschulke. Da ist keiner da. Können Sie das annehmen? Ja, sicher. Spaghetti mit Tomatensoße? Mhm. Kaffee mit Milch? Und Zucker. Soll ich Ihnen helfen? Nee, nee, geht schon. Okay, tschüss, Herr Fuchs. Tschüss. Ah, Frau Schreiber, haben Sie was für mich? Für Sie doch immer. Passen Sie mal auf, hier noch Ihr Bärstadtmagazin. Prima, damit mache ich es mir jetzt gemütlich. Könnten Sie vielleicht auch das Päckchen für Ihren netten Nachbarn annehmen? Er ist nicht zu Hause. Klar. Ich lege Herrn Paschulke eine Nachricht in den Kasten, dass er umgehen, das Päckchen bei Ihnen abholen soll. Okay, also tschüss dann. Tschüss, Herr Fuchs und vielen Dank. Morgen, Herr Fuchs. Morgen. Ihre Post? Ach, ja. Ach, ist irgendwie nicht mein Tag heute. Als ob ich zwei linke Hände hätte. Also, ich sehe nur eine. Und die ist auch bald wieder fit. Danke. Ja, dann muss ich den Großpust voll verschieben und das Rasenmähen auch. Tja, sieht so aus. Die Ulla, meine Freundin, hat sich für sowas eine Hilfe besorgt. Die hat jetzt einen Rasenmäheroboter. Ja, haben Sie? Ja, der wuppt das ganz alleine. Und nun spart Sie noch auf einen, der Staub saugen kann. Das gibt's doch nicht. Doch, gibt's. Sagt die Ulla. Das ist die neue Zeit, Herr Fuchs. Ja, also vielen Dank nochmal und tschüss. Herr Fuchs! Sicher Glückwunschkarten zu meinem Geburtstag. Ja, ist so. Von Glutzen steht nichts drauf. Nee. Trotzdem, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Sie haben sicher auch keine Zeit, Herr Fuchs. Nein, leider. Ich muss los, die Pflicht ruft. Darf ich Ihnen wenigstens ein Stück Kuchen anbieten für den Weg? Da sag ich nicht nein. Moment. Danke. Danke. Oh, oh. Blick. Ja? Ah, ja, ich bin unterwegs. Mein Chef. Schön Tag noch. Ja, ehrlich, ja. Ich bin unterwegs. Ja. Oh, Frau. Ach, endlich, Herr Fuchs. Ich habe Sie überall gesucht. Hier, eine Express-Sendung für Sie. Mona, ich habe es doch gewusst. Das ist ja merkwürdig. Das Epizentrum liegt nicht in Bärstadt, sondern vier Kilometer in östlicher Richtung. Bleibt uns nicht mal mehr eine halbe Stunde, um das nächste Leben zu verhindern. Ja gut, also los. Ja. Ja. So, bitte. Gut. Ich glaube, einer von uns ist zufrieden. Fahre Sie. So. Gut. Viel Glück. Danke. Und Achtung auf die Briefe. Ja, ja. Entschuldigung, der Reifen. Der Elchwinkel ist wieder sicher. Und der macht das nur, um Fotos von diesen Leeren zu wagen. Hier. Ich bin schon in Kontakt mit dem Mörder-Banzinn geraten. Und wenn das mal kein Leer war, müssen Sie es sofort desinfizieren. Was, Herr Fuchs, wenn was tun soll? Seine verrückte Cousine hat ihn dazu angestiftet. Charlie? Ja. Oha. Oha. Gehen Sie auf den Hilfer und gucken Sie sich seine Bakterienfarm an. Richtige Bakterienfarm? Bakterien. Wirken Sie mich gerne warm und kuschelig. So, dann geht mal los. Ich brauche nämlich eine Bakterien-Großfamilie. Hallo? Hallo. Tschüss. Gesundheit. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Ah, endlich. Das ist ja toll. Kann ich Ihnen zeigen, dass es so ist. Damit kann ich dann alles besser zusammenfügen. Dann fehlt das Ganze. Hallo? Hallo? Sie haben ja nur Augen für Ihre Rohre. Aber was wirklich wichtig ist, das sehen Sie nicht. Ich sage Ihnen, Sie waren da. Ja, Sie? Wie meinen Sie? Die Kobolde. Die Kobolde. Die Kobolde. Keks. Ja, sehr gut. Such. Such. Ja, such Keks. Ja, such. Alles in Ordnung, Keks? Irgendwas, wo Sie ihn erschreckt haben. Seit heute Morgen breiten Sie sich in ganz Meerstadt aus. Ich habe sie selbst gesehen. Kobolde. Koboldez. Was erzählen Sie da für Schauergeschichte? Wegen Schauergeschichte? Bei Herrn Bramsemetter aus der Nummer 10 fehlen zwei Kaninchen. Die wurden auch von den Kobolden geholt. Hier. Ich habe bestimmt, ist Keks in die Eier getreten und hat auf die ganzen Löcher gegraben. Der gräbt doch so gerne, ne? Stimmt, Keks? Ich habe eins von diesen Kobolden fotografiert. Hier. Nee, das sieht mehr aus wie. Je nachs. Das sieht eindeutig aus wie ein großer brauner Ast. Und jetzt gehen wir alle zurück an die Arbeit, nicht wahr? Ach, lauten Sie mal. Nein, so ein Unsinn erlaube ich Ihnen nicht, ja? Kobolde. Herr Bramsemetter hat sich mit seinen Kaninchen verzählt, nicht wahr? Und mit Ihnen ist ein bisschen die Fantasie durchgegangen, stimmt's? Habe ich recht? Aber Sie haben doch bestimmt Wichtigeres zu tun, oder? Ja. Aber nichts, aber auf Wiedersehen. Bis? Ja? Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sagen Sie mal, wohnt hier irgendwo ein gewisser Peter Lustig? Nee, äh, ja, ja, doch, doch, das bin ja ich, äh, Sie wollten zu mir? Ja, sicher! Ähm, äh, um was, ähm, geht's denn? Um die Post hier! Äh, äh, ja, ja, die Post, natürlich! Ich bin die Urlaubsvertretung, ich heiß Barbara. Ah, äh, das, äh, das ist ein schöner Name. Ja, äh, ja, ein schönes Fahrrad haben Sie da, so, äh, so gelb. Tch, ein Moped wär mir Liebe und wissen Sie warum? Ihretwegen. Meinetwegen? Naja, weil Sie auf dieser Seite des Baches wohnen und ich mich jedes Mal tottrampeln muss wegen Ihrer paar Briefe. Die Brücke ist nämlich da hinten. Ja, 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 ich weiß, das ist ein Umweg. Ja, ja, ich weiß, das ist ein Umweg. Hey, 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 hey! Das ist er, der Bach. Na, oh, hm, 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 oh, hm. Beide ich nicht? Du bist stehen, Heimel, das ist weg. Das ist doch schneller! Gut, wir sind zurück. Wo willst du hin? Meine Briefe? Ich helfe Ihnen!